Vielversprechende Talente wie Hugo Larsson, Fares Chayibi, Hugo Ikitike und Kan Utsun haben eine bewusste Entscheidung getroffen, als sie sich für Eintracht Frankfurt entschieden haben. Sie wählten die Eintracht nicht nur wegen der Möglichkeit, in der Bundesliga zu spielen, sondern auch wegen der Struktur und Philosophie des Vereins, der in die Entwicklung junger Spieler investiert. Jeder dieser Athleten hat in Frankfurt ein Umfeld gefunden, das die Ausbildung und das Wachstum ihrer Fähigkeiten schätzt. Der nächste könnte Tom Bischof von der TSG Hoffenheim sein. Eintracht Frankfurt hat ein Auge auf den Spieler geworfen. Laut der Zeitung BILD hat der Verein ein großes Interesse an dem 19-jährigen Spieler, der genau das zu sein scheint, was sie suchen. Der junge Mittelfeldspieler, der in diesem Jahr die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Kategorie unter 19 Jahren erhielt, ist bereits Stammspieler bei der TSG. Und hat eine lange Laufbahn in den Nachwuchsnationalmannschaften Deutschlands. Neben seinem Talent ist Bischof auch für die Eintracht attraktiv, weil sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim bis zum Sommer 2025 läuft. Das bedeutet, dass Eintracht Frankfurt, das an seinem Fußball interessiert ist, ihn verpflichten könnte, ohne eine Ablösesumme zu zahlen, sondern nur eine Entschädigung für seine Ausbildung. In Frankfurt könnte Bischof die Position von Hugo Larsson einnehmen, der am Ende der Saison verkauft werden könnte. Mehrere renommierte Vereine haben bereits Interesse an dem jungen Schweden gezeigt, was dem Verein einen guten Gewinn einbringen könnte. Die TSG Hoffenheim möchte den Vertrag von Bischof verlängern, steht jedoch in Konkurrenz zur Eintracht und anderen Vereinen. Laut der Zeitung BILD haben neben Frankfurt auch andere Bundesliga-Teams und der FC Bologna aus Italien ein Auge auf Bischof geworfen. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017